Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal LDcomputers.de und zwar mit dem LD1600 für 1449,99 € runtergesetzt von 1499,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter, in meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskplaner Aktivierungseinstellung, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen bei uns im Video-Vorschläge-Kanal von Levin und das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Also das ist das stinknormale Gehäusebild, so gefällt mir das auch. Jetzt sind hier noch ein paar Bilder vom Prozessor, der Kühler und der Grafikkarte. Ja, das ist soweit in Ordnung, wobei sie sich bei der Grafikkarte nicht festlegen. Aber dann hat man eine grobe Orientierung, aber kein Rumgefake mit irgendwelchen RGB-Lichtern, die nicht da sind oder sonst was. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, das ist ein Kleinunternehmer, also es ist ein kleines Unternehmen, hat auch hier Paragraph 19 Untersteuergesetz und solche Geschichten. Die kriegt natürlich eine Rechnung, ihr habt auch Garantie. Nur da muss man vielleicht, wenn der Preis ein bisschen höher ausfällt, darauf achten, dass die halt nicht so geile Einkaufspreise haben. Das ist jetzt keiner, der sich da 200 Prozessoren irgendwie auf Lager legt und dadurch einen guten Preis kriegt. Ich will das gar nicht großartig in Schutz nehmen. Ich kenne den auch nicht, der das macht. Oder die, das scheinen mehrere zu sein. Ich hatte mal eben kurz das Impressum reingeguckt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls es teurer wird, warum das vielleicht so sein könnte. Kommen wir mal zu den technischen Daten. Also es steht auch nicht viel dabei. Also es gibt hier oben so eine kleine Beschreibung, hier von wegen man kann Ratenkauf und so machen. Da hat man technische Daten, dann Performance-Werte, keine Ahnung, wo sie die hergezogen haben, und ein paar Bewertungen. Also da steht jetzt nicht so ein geiler Werbetext oder sonst irgendwas. Aber ja, wir werden schon klarkommen. Also zu den technischen Daten. Die Grafikkarte ist eine AMD A7900 XT. Wir wissen nicht genau, welche es wird. In dem Fall nehme ich jetzt die Hellhauen, weil das die günstigste ist. Die würde ich aber an eurer Stelle nicht kaufen. Wir hatten jetzt schon mehrfach das Problem, dass die Hellhauen-Karten irgendwie übel zu Spulen fiepen hatten. Ob es jetzt bei der Serie genauso ist, kann ich euch nicht genau sagen. Aber ich würde davon erstmal die Finger lassen. Gebt ein bisschen mehr aus, holt euch eine andere. Die 7900 XT ist fast die beste Grafikkarte von AMD. Es gibt noch die XTX, die ist nochmal ein Stückchen stärker. Aber auch die hier ist geeignet für WQHD und auch 4K Gaming. Kommt immer auf die Einstellungen an. E-Sports-Titel läuft sowieso grundsätzlich in 4K eigentlich relativ gut. Sei es Overwatch oder von mir aus auch Rocket League ist auch irgendwo ein E-Sports-Titel. Aber wenn ihr jetzt AAA-Titel spielt, solltet ihr so ein bisschen mit den Einstellungen Raytracing deaktivieren und solche Geschichten. Ihr wisst, was ich meine. Schaut euch einfach das Video in der Videobeschreibung an. Und die kostet 699 Euro bei MineFactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Sag ich immer wieder dabei. Also bei jedem AMD Prozessor steht 5200 MTS. Könnt ihr ganz locker mit 6000 laufen lassen beim RAM. Der 7500F ist ein leistungsstarker Prozessor, auch wenn er günstig ist, muss man ganz klar sagen. In Kombination mit der Grafikkarte würde ich euch empfehlen mindestens WQHD zu spielen, wenn nicht sogar 4K. Dann wird der Prozessor ein bisschen aus der Last genommen. Wenn ihr jetzt Full HD spielt, kann es sein, dass der die Grafikkarte ein bisschen throttelt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr euch ein System kauft in der Preisklasse, damit ihr mindestens WQHD spielen könnt. Irgendwie, was weiß ich, WQHD 165 Hertz oder was. Dann ist das in Ordnung. Wenn ihr streamen wollt, rendert über die Grafikkarte, beziehungsweise holt euch einen 8-Kern-Prozessor. Weil ihr habt noch zusätzliche Programme offen. Ihr habt ja Spotify, den Stream, ein Chat laufen. Dann habt ihr noch irgendwie ein Chatbot laufen und solche Sachen. OBS und diesen ganzen Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Aber Standalone, zum Zocken. Ab WQHD mit der Grafikkarte. In Ordnung. Und der kostet 147,69 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Endofy, spart dann 5 ARGB. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 160 Watt. Glaube ich im Leben nicht dran. Habe ich auch mal getestet, habe die Messwerte vergessen. Aber der reicht trotzdem für diesen Prozessor. Weil der halt nur eine TDP von 65 Watt hat. Und der pfeift sich in Spielen auch nicht so viel rein. Der ist so effizient. Das ist jetzt kein besonderer Kühler. Hat ein bisschen RGB-Beleuchtung. Sieht einigermaßen schick aus. Muss jeder selber wissen. Er reicht halt aus. Ist nichts besonderes. Deswegen kostet der auch nur stolze 19,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asrock Pro RS AMD B650. Der B650-Chip-Satz völlig ausreichend mit diesem Prozessor. Also theoretisch könntet ihr sogar ein 7800 X3D draufschmeißen, wenn ihr das möchtet. Aber hier ist es jetzt halt so konfiguriert. Ist auch okay. Das hat gekühlte Spannungswandler. Hier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch zwei weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier habt ihr so einen kleinen WiFi-Slot. Da kann so eine WiFi-Karte rein. Diese Mini-Kärtchen. Und dann habt ihr noch zwei Erweiterungsslots für eine weitere Soundkarte oder Capture-Karte oder whatever. Ansonsten haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss. Netzwerk-Anschluss zweimal USB 3.0, einmal USB 3.1, sechsmal USB 2.0. USB-Typ C ist mit am Start. HDMI und Display-Port-Anschluss könnt ihr mit dem Prozessor sowieso nicht benutzen. Ist ja ein 7500F. Das F bedeutet keine integrierte Grafikeinheit. Hier sind auch potenzielle Löcher für diese Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth eben. Aber da das Kärtchen fehlt und diese Antennenkabel sind die Anschlüsse auch nicht mit dabei. Das heißt, ihr habt kein WLAN und kein Bluetooth an diesem Board. Könntet ihr potenziell über die Erweiterungssteckplätze natürlich erweitern. Aber es ist grundsätzlich nicht dabei. Sofern ihr jetzt ein Kabel im Zimmer liegen habt oder euer Router sowieso im Zimmer steht, ist das relativ egal. Nur viele wollen WLAN und es ist halt nicht da. Dennoch ist das Board soweit in Ordnung. Die haben auch jetzt nicht die B650M Variante genommen, also Micro-ATX, sondern Full-ATX. Erweiterbarkeit ist halt gegeben. Und das kostet 157,90€ bei Alternate. Der Arbeitsspeicher sind 32GB, 2x16GB, G-Skill, Flair, Expo, X5, Schwarz, DDR5, 6000MTS, CL32. Kein schickimicki RGB bling bling oder sonst was, aber qualitativ vernünftiger RAM. CL30 wäre geil gewesen. Es sind CL32. Macht den Beraten echt nicht fett. Ist jetzt nicht so schlimm wie 36er oder 40er. Kann man so machen. Sie haben drauf geachtet, 6000MTS, CL32. Ja gut, dann soll es so sein. Und die Angabe ist halt da. Im letzten Video war die Angabe halt nicht da. Und 32GB in der Preisklasse. Super Sache. Kann ich überhaupt nicht meckern. Ist okay. Und der kostet 108,77€ bei MindFactory. Die SSD ist eine 1TB Western Digital Blue SN580. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 4150 MB die Sekunde, genauso wie die Schreibgeschwindigkeit mit TLC Speicher. 1TB bei einem Preispunkt von knapp 1,5. Ja. Müsst ihr selber mit zurecht kommen. Ihr habt ja noch Erweiterungssteckplätze auf dem Board, dann könnt ihr dementsprechend nochmal einen Terabyte oder zwei drauf schmeißen. Das ist überhaupt kein Thema. Grundsätzlich auch von der Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist okay. Kann man machen. Und die kostet 63,69€ bei MindFactory. Das Netzteil ist ein 700 Watt Be Quiet Pure Power 11 Non Modular 80 Plus Gold. Das hat 5 Jahre Herstellergaranties 80 Plus Gold zertifiziert und hat halt eben festes Kabelmanagement. Gut. Das mit dem Kabelmanagement sage ich öfters dabei. Wenn ihr einen fertigen PC kauft, ist es irgendwo egal. Die Kabel, die nicht benutzt werden, liegen dann hinten im Gehäuse rum, werden meistens noch festgebunden mit Kabelbinder oder was. Okay. Modular finde ich persönlich immer ein bisschen schöner. Das bringt auch noch nicht den neuen Stecker mit. Also diesen ATX 3.0 bzw. 12 Volt High Power Anschluss für die neuen Grafikkarten braucht ihr hier auch nicht, weil AMD ja weiterhin auf den alten Stecker setzt. 700 Watt für das System völlig ausreichend. Großartig erweitern. Ja, ihr könnt noch ein bisschen höher gehen. Also zum Beispiel besseren Prozessor oder so nehmen. Dann sollte aber auch Schluss sein. Es gibt bessere Netzteile. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist kein China-Kracher. Ist okay. Und das kostet 71,90 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Endofy Ventum 200 A RGB. Das bringt schon 320mm Lüfter in der Front mit und 120mm Lüfter im Heck. Alles RGB beleuchtet. Meshfront. Glarscheibe. Ist kein besonderes Gehäuse. Hatte ich hier auch schon stehen. Nicht irgendwie High End oder sonst was. Aber in der Preisklasse, ja, kann man machen. Ich persönlich finde sie jetzt nicht so toll. Das ist wieder dieses Thema mit gummierten Kabeldurchführungen. Auf diesen ganzen Kleinscheiß, wo ich so drauf achte. Ist aber in der Preisklasse völlig uninteressant. Und da ich meine Community kenne. Ich hatte das schon mal. Grafikkarten bis maximal 315mm. Und ja, die Hellhound-Karte hat 320mm. Mir ist vollkommen klar, dass die jetzt in dem Fall nicht in das Gehäuse passt. Aber es ist ja auch nicht festgeschrieben, dass es diese wird. Ich habe halt nur die günstigste genommen. Machen wir immer. Damit wir halt so preispunktechnisch gut dabei sind. Die werden natürlich eine Grafikkarte nehmen, die ein bisschen kürzer ist. Damit die auch da reinpasst. Dann könnt ihr aber auch schon vorstellen, das Gehäuse ist nicht sonderlich groß. Die Grafikkarte wird viel Platz einnehmen. Also an die ganzen Schlauberger da draußen, die deswegen schon mal ein bisschen Kritik geübt haben in den Kommentaren. Ich habe es gesehen. Es ist alles in Ordnung. Es muss nicht die Grafikkarte sein. Und das Gehäuse kostet 68,89€ bei Mindfactory. Da wären wir tatsächlich auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1,337. Sehr geil. 1.337,73€. Und das System kostet 1.449,99€. Da habt ihr jetzt ungefähr einen Aufpreis von 110€ für einen Kleinunternehmer. Die müssen ja auch noch ZPU und so bezahlen. Ja, das müssen alle. Das sind auch nochmal irgendwie 13€ oder was. Also diese Abgabe an GEMA. Ich weiß es gar nicht genau. Kann man so stehen lassen. Ist völlig okay. Da steht ja jetzt nicht 200€ oder 300€ auf dem Blatt, sondern 110€ für einen Kleinunternehmer. Da bleibt echt nicht viel kleben. Er muss die Sachen ja auch noch bestellen und so. Oder die müssen die Sachen bestellen. Wie gesagt, ich kenne die Leute nicht. Aber preislich völlig fair. Kann sich einreihen mit Crotus, Dubaro oder sonst was. Und die sind wesentlich größer. Nur mal als Idee, was Crotus zum Beispiel anbietet. Der kostet 1.455. Spielt also ungefähr in der gleichen Liga. Das Gehäuse ist ja relativ latte. Der Prozessor ist der gleiche. Die Grafikkarte ist etwas schwächer. Schauen wir hier bei Hardware Deals. 7900 GAE versus 7900 LXT. Da sieht man im Gaming Performance 15% schwächer. Also die 7900 GAE von Crotus. Und bei Raytracing auch so ca. 15%. Das heißt, das System von Crotus hat schon mal eine schwächere Grafikkarte. Aber wir haben hier CL30 anstatt CL32. Ist jetzt... Es ist eine Nuance. Aber sie sind halt da. Ich muss sie ansprechen. Wir bekommen hier ein Gaming plus WiFi. Das hat schon WLAN und Bluetooth mit dabei, das Board. Wir bekommen hier zwei Terabyte Speicher. Und die ist auch noch wesentlich schneller als die andere SSD. Der Fortus 5, der ist etwas besser, der Kühler. Wir bekommen ein 750 Watt Netzteil. Und Windows 10 ist halt vorinstalliert. Eine Testversion. Also keine Lizenz. Aber es ist immerhin vorinstalliert. Da habt ihr jetzt also ungefähr vier Punkte, die etwas besser sind. Dafür ist die Grafikkarte aber schwächer für ungefähr den gleichen Preispunkt. Deswegen muss ich sagen, finde ich das schon in Ordnung. Ab WQHD. Den könnt ihr so kaufen. Ist nicht das Problem. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin auf Wiedersehen und tschau tschau. DayMV 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 Bis zum nächsten Mal.